Hi Leute, ich bin's wieder, eure Lara und jetzt geht's weiter mit FarmFrenzy. Jetzt schauen wir mal. Muss noch ein bisschen laden. Okay, wir sind schon relativ weit. Weiter, 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 weiter. Schauen wir mal, wie weit das noch hinter geht. Nicht mehr weit. Haben wir es ja bald. Ähm, der Weg ist zu, dann bleibt uns ja quasi bloß das als Ausweg. Starten wir's mal. Also, wir brauchen zwei Schafe, 15 Fäden, 10 Stoffe und 10.000 Gold. Oh, ne Menge. So, Schaf, Zebra. Schönen Graf, Pflanzen, Priss und ein Bär. Verkaufen wir gleich das Vieh. So. So, jetzt ist es schön. Bär. Sollt man ihn gleich wieder los mit den Bären? So, Bär weg. Jetzt geht's weiter. Los frisst, damit ich mein Irgendwolle krieg. Schön. Das Tuch ist fertig. Also, was brauchen wir noch mal alles? Na gut. Machen wir das Tuch schon mal weg. So. So. Das nächste. Oh, oh. Wieder zwei Bären. Drei Bären! Moment. Das hier einsammeln, da reinschmeißen. So. Nehmen wir wenigstens zwei mit. Verkaufen wir die gleich. Obwohl, warte. Wenn wir den ausbauen, können wir alles drei gleichzeitig wegfahren. Oh, da kriegt man tausend dafür. Du bleibst da. Du auch. Oh, Schwein gehabt. Komm schon da rein. So. 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 Boah. Jetzt ein zweites Schaf. Hier schon wieder. So. Vielleicht wegfahren. Also, für mich ist es auch persönlich sehr wichtig, dass ich das Auto schnell ausbaue. Denn, je höher das Ausgebaut ist, umso schneller fährt es. Also, es ist schon relativ fix wieder da. So. Jetzt da rein. Fangen wir die zwei gleich wieder weg. So. So. Jetzt sparen wir uns mal die Kohle. Die Kohlenche. So. So. Wie geht ein Bär? Zwei Böhrn. Drei. Wir sind 100% wieder drei Böhrn. So. 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 So weit ausverkauft. Äh. Ausgebaut. So. So. So weit aus. So weit aus. So. So weit aus. Wir kommen gleich die Tücher wieder weiter. Wollt ihr rein, aufsammeln. Okay, eins, wenn wir mal das geschafft. Gucken wir mal was. Okay, jetzt verschaffen. Ach, die Zentücher. Gut. Dann brauchen wir noch das und dann brauchen wir nur noch die Kulente. So. So, da lade sie. Wurzzeit. So, bekommen wir das mal. Ich hoffe, kriegen wir irgendwas selber hin, weil ich glaube, die Goldzeit, die Rind jetzt gleich aus. Wisst ihr was? Wir kaufen jetzt einfach alles, was wir haben. Und ich glaube, dann kommen wir fast auf unsere Kuhle. Ja, Silberhammer. So, das können wir uns eh nix mehr leisten. Hm. Und nun denn? Spiel starten? Joa. Okay, wir brauchen 30 Tücher und zwei Kühe. Hm. Also hergerichtet halt die für Enten auch schon wieder, aber es sind keine Enten. Ach ja. Fällt mir eigentlich wieder ein. Es sind ja eigentlich gar keine Enten, sondern Gänse. Man kann es jetzt zwar hier nicht nachlesen, aber es sind tatsächlich Gänse. Schnell, ich habe keine Kuhle mehr. Fahre, du olles altes Ding. Schnell! Oh, das ist ja auch. Das ist jetzt alles sehr knapp. Sehr knapp. Moment. Zack. Oho. Einfach das Lager. Jetzt sieht es aus. So, braver Hund. So. 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 wir uns mal die zwei schafe auto auch aus so weit es geht ich möchte noch mal ausbauen So. So. Also das mal schon mal weg. Hohoho, war das knapp. Beinahe hinten scharf da, glaube ich. So. So. Schaut mal, jetzt kostet das noch 7 Gold. Ach, das spiel ist automatisch. Wie geil ist das? Das ist cool, man kann es auch wieder anhalten. Das ist ja echt mal extrem cool. So. So, wieder ein bisschen nachwässern. So, jetzt warten wir noch ein bisschen. Nicht mehr lang. So. So. Mal wieder auf zu überwässern. Ich finde das extrem cool. Bis das Brüder ist, die kommen dann auch noch da oben und fressen dann da oben alles leer. So. So. Und das hier machen, das da. So. So. Anschalten. so. 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 Bisschen mehr schadet nicht. So, wieder ein bisschen sprießen lassen. Ich finde die Mühle echt cool. Ich fühle dich ja nicht als meiner Schafen, du blöder Bär. Bin ich extrem sauer.